Cheops Knall von Niko Feuerwerk haben wir heute mal hier. Das sind dreieckige Knaller. Ähnlich wie die Knallnachos von Pyro Art müssten die sein. Wir haben hier acht Stück drin. Ein paar habe ich schon verballert. Einfach mal zum Testen habe ich die mitgenommen. War noch ziemlich günstig. Bei Freismann 75 Cent. Sind auch schon etwas älter. NDR müssen nämlich keine zu finden. Ja, ist auch noch eine P2 Nummer. Nur das Gewicht ist auf also ich kann schon mal vorab sagen, laut sind die Teile halt nicht, aber sind ganz witzig aus und zwischendurch mal was. Aber braucht man jetzt hier keinen besonders lauten Knallerrochen, aber ich habe mir so gedacht, zum Testen mal mitnehmen. Und ja, schauen wir uns einfach mal draußen an, wie sie sind. Und da ist die Lunte weggeflogen. Ja, also kämen besonders lauter Knall. Auch mehr so aufgeplatzt. So, und noch einen zweiten. Ach, du heilige Scheiße. Also, ist echt kein besonders lauter Knall. Aber ganz nett mal für zwischendurch. Redaktion. Biofin Reports. Agnall Gregor. aspects der Lunte weggeflogen. Felix Zuck. Okay. Scheiße. Ich bin der thankfish.